Durchblutungsstörungen in den Griff bekommen, mit stromlosen wechselpolarmagnetischen Feldern. Ist das möglich? Viele Anwender schwören inzwischen auf magnetische Powerfolien, wie den Kleinsche-Felder-Pads. Die meisten spüren sofort eine Verbesserung, manche nach wenigen Wochen. Das ist individuell unterschiedlich. Ich hatte zweimal die Hand gebrochen, also insgesamt dreimal, aber in einem Jahr zweimal. Und seitdem benutze ich wirklich die Powerfolie beim Training und es lindert wirklich den Schmerz. Also sobald ich die Powerfolie benutze, ist eine bessere Durchblutung da. Da sind ja Magnetfelder Süd- und Pluspole und die sorgen halt für eine bessere Durchblutung. Und dadurch eine bessere Durchblutung habe, merke ich die Schmerzen auch ganz weniger. Eine verbesserte Durchblutung bestätigt auch Dr. Jordan Petrov. Er hat die Kleinschen Felder an der Universität in Rostock erforscht. Das ist ein Universitätslabor und wir haben dort Untersuchungen gemacht. Die Untersuchung läuft so, dass ich in einem Doppelblindversuch, also die Hände drauf lege und irgendwo ist eine Attrappe und irgendwo ist eine echte Folie, kleine Felder. Und ja, nach fünf Minuten schon sehen wir das Ergebnis. Ja, das ist ganz beeindruckend. Hier sieht man ja, dass nach fünf Minuten die Eintelhand eine viel, viel höhere Durchblutung hat, oder? Da steht auf jeden Fall, obwohl ich nichts merke. Ich gehe dahin, nichts ahnend, ich merke nichts, aber gleich das Gerät, die Wärmekamera, nach fünf Minuten registriert eine viel größere Durchblutung als bei der Hand mit der Attrappe. Eine Verbesserung der Fließfähigkeit des Blutes durch stromlose Magnetfeldtherapien bestätigen auch repräsentative Studien. Bereits die erste Klein-Schiff-Felder-Pilotstudie der Prof. Dr. Brigitte König zeigt erstaunliche Verbesserungen bei verschiedensten Krankheitsbildern. Da gibt es auch sehr gute Analysen, dass sie wirklich auch Polyneuropathien zumindest mindern, bei allen Dingen sicherlich auch ganz aufheben lassen. Und der Effekt, warum, wissen wir natürlich auch noch nicht genau. Eine Durchblutung oder Förderung durch Durchblutung und Aktivierung der Mittelschande ist sicherlich ein Mechanismus. Also da wir wissen, dass die Klein-Schiff-Felder auf die Mittelschandeln einwirken und die Mittelschandeln natürlich verantwortlich sind für sehr viele Krankheiten, können wir davon Schlussfolgern, dass sie sicherlich bei Durchblutungsstörungen wirken, bei Nervensystembeschädigungen, bei metallurgischen Syndromen, bei Herzerkrankungen, bei Wundheilungsstörungen. Durchblutungsprobleme sind für viele Krankheiten mit eine der Hauptursachen. Deshalb ist ein guter Blutfluss das A und O, sodass Gefäße frühmöglichst gepflegt werden. Im Laufe des Altwerdens werden die Gefäße nicht mehr so elastisch, weil sie Kalk einlagern. Und der Mensch ist absolut unterversorgt an Vitamin C. Und mit der Zeit werden die Gefäße nicht mehr so elastisch. Und wenn sie nicht elastisch sind, dann die Pulsation, das ist sehr wichtig, wird nicht übertragen, optimal, und die Durchblutung wird immer schlechter. Und irgendwann kommen auch Ablagerungen und mit der Zeit wird immer schlechtere Durchblutung. Wenn ich eine bessere Durchblutung einfach durch Schlafen auf eine Auflage erziele, kannst du mir sagen, ob es eine bessere Therapie geben würde? Nein, aber erklär mir kurz, warum ein kleines Feld die Durchblutung steigert, beziehungsweise diese Blutgefäße, die ja steifer werden, wieder elastischer machen? Elastischer werden die gemacht, weil selbst diese Gefäße bessere Nahrung bekommen. Ach, mehr, jetzt habe ich es verstanden. Mehr Dynamik da drin. Ja, und vor allem bekommen sie, sagen wir, eine Erweiterung, weil die kleinen Schiffhälder auf die Nerven wirken, die die Gefäße versorgen. Die Organe kriegen schlechtere Durchblutung. Und deswegen betone ich das, weil die Patienten hören das. Aha, bessere Durchblutung, aber sie haben so keine richtige Vorstellung, was das bedeutet. Und ob sie jetzt einen Herzinfarkt bekommen oder einen Herzschlag, hat das immer mit der Durchblutung zu tun. Das Wichtigste, was wir also machen müssen, ist die Durchblutung zu verbessern. Wenn wir so viel, also gegen das Altern tun wollen, dann müssen wir die Durchblutung aktivieren. Auf jeden Fall, die Ernährung spielt eine Rolle, aber die Durchblutung ist genauso wie das Altern genetisch programmiert. Mit Hilfe der Magnetfelder, diese sogenannten kleinen Felder, können wir ohne Salben, ohne Wechselbäder und dies und jenes, können wir die Durchblutung massiv verändern. Auch die mehrfache Weltmeisterin im Bogenschießen, Lisa Unruh, spürt mit der Anwendung der kleinen Felder eine verbesserte Durchblutung. Wenn ich einen Wettkampf habe, nach dem Wettkampf sozusagen, benutze ich die Manschette und mache die halt um meinen rechten Arm, weil an der rechten Schulter war die Operation. Und oberhalb, also oberhalb des Bizeps, mache ich dann die Manschette rum. Das Gefühl ist, die Durchblutung wird mega angeregt. Und so war das auch das erste Mal oder die ersten Male, als ich auf der Schlafunterlage gelegen habe. Nachts, da habe ich auch so ein Fließen gespürt und hatte auch am nächsten Morgen oder danach generell, hatte ich das Gefühl, ich bin ausgeruht da. Genau diese kleinen Schiffelder-Erfahrung macht auch der K1-Kickboxer Baran Air. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, gerade bei solchen Bruchssachen, Regenerationssachen, Verstauchungen, Prellungen, da ist der Blutfluss sehr wichtig. Vor allem Blut transportiert Sauerstoff. Und wenn der Blutfluss blockiert ist, dann ist der Sauerstofftransport natürlich nicht vorhanden. Dadurch sind durch die Magnetfelder, ist der Blutfluss regulierbar, das Blutfließ besser. Dadurch hat man einen besseren Sauerstofftransport. Also ich zum Beispiel, seitdem habe ich tatsächlich fast keine Schmerzen mehr. Und ich kann mein Training wieder 100% durchziehen. Gerade unter Stress und Anstrengungen stagniert im Körper die Mikrozirkulation. Gefäße ziehen sich zusammen, wie auch Wissenschaftler Jordan Petrov weiß. Dazu muss ich dir sagen, da wissen wahrscheinlich nur die Physiologen, das Gefäß wird eng, weil die Muskeln Nervenimpulse bekommen und die Gefäßmuskeln ziehen sich zusammen. Und diese, wenn das Nervensystem überreizt ist, zieht die Gefäße zusammen und macht eine mangelhafte Durchblutung. Durchblutungsstörungen. Eine oft unterschätzte, ernsthafte Problematik. Klar ist, alle lebensnotwendigen Vorgänge im Körper funktionieren besser mit einer guten Mikrozirkulation. Auch die Bewältigung von Krankheiten. Insofern lautet unser Redaktionsfazit, für leistungsfähigeres Blut sind Kleinsche Felder täglich ohne Risiko- und Langzeitnebenwirkungen eine wirksame Technologie.